Hallo und herzlich Willkommen. Heute üben wir bitte etwas höflicher. Können Sie mir helfen? Könnten Sie mir helfen? Würden Sie mir helfen? Ich nehme ein Glas Wein. Ich hätte gern ein Glas Wein. Ich würde gern ein Glas Wein nehmen. Ich will einen Termin vereinbaren. Ich hätte gern einen Termin. Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Schicken Sie das bitte an alle Mitarbeiter. Könnten Sie das bitte an alle Mitarbeiter schicken? Würden Sie das bitte an alle Mitarbeiter schicken? Haben Sie am Wochenende Zeit? Hätten Sie am Wochenende Zeit? Würden Sie am Wochenende Zeit haben? Ich möchte ein Brötchen. Ich hätte gern ein Brötchen. Ich würde gern ein Brötchen haben. Zeigen Sie mir bitte den Reisepass. Würden Sie mir bitte den Reisepass zeigen? Könnten Sie mir bitte den Reisepass zeigen? Tschüss, mach's gut und bis bald. team